Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Assassin's Creed 2 mit Ezio in der Hauptrolle, dann wollen wir mal weitermachen. Wir waren ja jetzt beim letzten Mal schon in Florenz. Und dann machen wir weiter, ne? Der Eden-Apfel steckt ja immer noch irgendwo fest. Bei dem Typen. Und jetzt krallen wir in uns. Naja, erstmal seine Leute da. Nö. Ach komm, heute mal zu Ross. Warum nicht? Ist aber ein bisschen schneller in Florenz. Ja, ja. Ach, jetzt zeigst du mir auf einmal, dass das Geld in der Truhe ist. Super. Naja, wir haben ja erst abgeholt. Geht ja noch. Aber ich hab grad noch davor gestanden. Naja. Genau, da vorne müssen wir hin. Naja, drei haben wir ja schon beim letzten Mal gemacht. Von den Leutnants. Naja. Boah. Die anderen kriegen wir auch. Nö. Ist ja sonst nichts mehr speziell da. Was wir machen können. So, welcher ist denn jetzt da in der Nähe? Ach, da oben. Ja, dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den gleich mit. Ich bin ein Idiot. Ja, bist du. Ah, Mensch. Immer diese NPCs. Okay, wenn du meinst. Ach, ich muss wieder da oben hin, ne? Ja. Okay, ja, gut. Nee, da will er nicht hoch. Ach, nee, hier unten, doch. Okay. Ich dachte schon, ich muss wieder klettern. Weil er das ja auch so super kann. Ah, wirklich. Na, da bin ich aber voll dagegen. Ach, und der soll doch noch Doktor sein. Naja. Oh, ich darf nicht entdeckt werden. Ups. Okay, sag mir das doch. Dann renne ich doch nicht einfach rein. Wo kommt der hier? Soll ich eigenart, ihr Kleid? Tschüss. Wie, die Medici sind weg. Hab ich ganz vergessen. Warum es bekämpfen? Sich verweigern. Mit starkem Charakter und guter Moral. Er will uns vor uns selbst retten. Ja, natürlich. Natürlich will er das. Und Rettung brauchten wir. Bevor Savonarola zu uns kam, trieften wir vor Sünde, Völlerei, Lust, Stolz. Ja. Ja. Ey. Wieso bin ich entdeckt? Achso, soll ich den erschießen? Ich hab mich immer noch nicht an die blöde Dings gewöhnt, ne? Na gut. Nö, nö. Ich bin niemand. Nicht beobachten. Danke. Beachtet mich gar nicht. Ich bin nicht da. Wow. Der redet tatsächlich die ganze Zeit diesen Stoß, ne? Warum es bekämpfen? Sich verweigern. Er ist ein guter Mann. Mit starkem Charakter und guter Moral. Er will uns vor uns selbst retten. Nee, den will ich doch gar nicht. Und Rettung brauchten wir. Bevor Savonarola zu uns kam, trieften wir vor Sünde, Völlerei, Lust, Stolz, Gier. Muss ich noch mehr sagen? Ja, musst du. Nur um weltliche Dinge und Freuden des Fleisches. Darf ich mal hier vorbei? Danke. Darf ich mal hier? Bitte bei euch, äh... Ihr schockt doch vor dem Angesicht Gottes und darum auch nicht so beschämt, wie wir von unseren Taten waren. Nee, nee, ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Das ist die göttliche Strafe. Ach, wirklich? Alter, könnt ihr mich mal bitte in Ruhe lassen? Ach, verdammt. Ja, 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 komm. Hä, wie soll ich den denn machen? Wie hab ich den früher gemacht? Ich hab den ja schon mal gemacht. Ruiert. Äh, nee, danke. Heute nicht. Hm. Wie hab ich den denn damals gemacht? Oh. Da komm ich doch auch nicht ran. Ja, Ezio, du darfst... Du darfst diesen kleinen... Ab hier, ne? Runtersprengen. Nein, den nicht, bitte. ...akzeptiert Savonarona als Herr. Nein. Okay, warte. Das war doof. Okay, hat keiner mitbekommen? Okay. Ja, nee, ist klar. Aber wie mach ich das denn? Wir kümmerten uns nur um weltliche Dinge und Freuden des Fleisches. Wir scheuten vor dem Angesicht Gottes. Ja, ja, ja. Und auch nicht so beschämt, wie wir von unseren Taten waren. Darum habt ihr Spaß. Wir sind denn die ganzen Kortisanen, ich doch sonst hier mal habe? Das ist die göttliche Sprache. Wo sind meine Mädels? Doch fürchtet nicht, wenn ihr heilen wollt, wenn ihr Rettung wollt. Die sind besser als die Typen hier. Tut es und ich werde euch nur aufnehmen. So, jetzt aber. Meine Güte. Ihr habt das Blut eines Heiles vergossen. Ja, nee, ist klar. Nein, ich habe das Blut eines Tyrannen vergossen. Diese Macht über Leben und Tod zwischen dieser Welt und der Nächsten anscheinend berauschte ich. Ja, nee, nicht nur anscheinend. Und jetzt werdet ihr schlafen. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in Pache. Tja. Ach, es gibt übrigens das Gerücht. Oh, jetzt werde ich angegriffen. Ähm, das ist eventuell eine Neuauflage von Assassin's Creed Game, so. Mit Ezio. Mal gucken. Ups. Aber jetzt fliehen wir erstmal, ne? Komm, wir werden mal ein bisschen anonymer hier, ne? Ups. Ach, schauen, was sie da haben. Ubisoft. Ich habe da schon ein paar Bilder gesehen. Und die sahen gar nicht mal so schlecht aus. Und es würde ja auch dann passen. Jetzt haben wir einmal die alte Version noch. Und wenn wir dann so ein komplettes Remake hätten, wäre das schon echt nice, ne? So, jetzt sind wir anonym und jetzt, äh, wird der Bezirk übernommen. Ja, da sind die beiden. Nö. Ja, okay. Ja, ja. So, wo ist denn der nächste? Ach ja, nehmen wir den hier, ne? Der ist so schön convenient in der Nähe. Ui. Läuft mir doch nicht den Weg. Ich habe es schließlich eilig. Ach, immer die, äh, diese NPCs, ne? Stimmt was nicht. Wo sind die Menschen? Ähm. Okay. Wenn du meinst. Ezio, könntest du dich... Ja, du stellst dich mal wieder an, ne? Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Okay, das ist weird. Hier ist ja gar keiner. Oh, doch! Da ist ja jemand. Von Arola warnte mich, dass ich jemand gegen uns stellen würde. Also habe ich diese Falle gestellt. Ah ja, Fallenfalle. Um die zu erwischen, die den Helden spielen wollen. Es erwies sich als unterhaltsam und effektiv. Wenn du meinst. Komm runter. Ja, komm runter. Oha! Was für ein Spektakel! Ach. Wie lange du noch überlebt wirst. Vor einiger Zeit schaffte einer drei Dutzend. Oh, drei Dutzend. Ich krieg mehr hin. Ja, komm. Guck mal, jetzt habe ich schon drei. Okay. Cool. Und Nummer vier. Nee. Quatsch. Nee, aber Nummer fünf. Gerechtigkeit kämpfen. Ach. Ja, keiner. Aber nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Nö. Na, kommt her. Nein. Wer da noch? Was willst du dazu? Nichts? Nein. 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 Naja, also Assessinikredo, ne? Meine Worte sind vergeudet. Und erhebt mich noch weiter. Tja. Komm runter. Nee, du willst. Kämpfer, bitte. Du kannst nicht ewig durchhalten. Ja, doch. Siehst du doch. Guck mal, wie viele Leute von dir hier schon liegen. Na, er kommt nicht runter. Dann stirbt. Stirbt, Bastardo. Ach, und jetzt abhauen. Alter, deine Leute hier runterschicken und dann abhauen, ne? Ja, doch. Irgendwie schon. Haha, jetzt schlägt er noch seine eigenen Männer, ey. Komm mal her. Schade. Ich geh mal hier ein bisschen runter. Komm mal her. Komm mal her. Ey. So. Nicht runterfallen vom Dach. Oh. Das war eine gute Hitbox. Nein. Arschloch. Ja, geh doch. Ja, komm. Blöden Bogenschützen, ne? Na, komm her. Geht doch. Siehst du? Hast du doch verloren. Ich bin wirklich so? So stolz und brutal. Ja, Hochmut, du kommst vor dem Fall. Tate das? Oder war ich es, der Macht kostete und berauscht wurde? Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen. Ich auch. Es tut mir leid. Doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in Pache. So. Und wir sind fertig mit ihm. Auf zum nächsten. Erstmal inkognito wieder werden. Ah, ah, Ezio. Nein, 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 nein. Hups. Ja, komm, lauf. Einmal hier rüber und dann geht's weiter. Ja, komm. Lau. Ezio. Ich hab gesagt, du sollst laufen. Nicht stehen bleiben. Wir haben doch den Typen erwischt. Die anderen müssen wir nicht. Alles nicht notwendig. Könntest du mal bitte... Ach, da ist ein... Idiot. Das ist doch ein Heuballen, du. Spring da rein. Danke. Ja. Okay. Keine Katzi? Schade. Ach, guck mal. Hier ist gleich der nächste. Ach, da ist auch einer. Ach, wir machen den hier. Alles schön auf einen Haufen. Ja, die sind alle sehr herrlich beieinander. Ja, die sind alle sehr herrlich beieinander. Naja, Florenz ist jetzt auch nicht so groß. Ist ja eigentlich ein bisschen... Habt keine Angst. Nö? Ich will doch nur heilen. Gut. Der nächste. Oh nein, ich hab wieder so einer. Et omnium gubernator. Ja, komm, komm, machen wir. Ach, der ist da oben. Äh, ah, okay. Ja. Ist da hinten? Komische Kleidung. Ich kenne dich, Mann. Nein, du kennst mich nicht. Ja, ja. Huch. Entschuldigung. Darf ich mal bitte vorbei? Danke. Nein, bitte nicht. Nein, bitte. Einmal bitte in Ruhe lassen. Ihr seid ein bisschen... Äh, nein. Die ist leider nicht da. Ach, komm. Ach, komm. Ja, den müssen wir so... Nein! Nein! Einmal hier. Nein, könntest du mal... Okay, Ezio ist dämlich. Nein! Wie kann man nur so dumm sein? Ja, ja. Das sagen sie immer. Wenn der große Mütterrüstung nicht da wäre, dann wären nicht alle schon erledigt. Ach, komm. Komm mal her. Großer nicht. Nur die anderen. Nein! So, einmal weg. Komm, bitte schön kontern, Ezio. Ah, einer läuft schon weg. Okay. Ach, komm. Ezio, ich weiß, dass du das kannst. Ja gut, den kontern können wir nicht. Das können wir vergessen. Auf! Ja. Ja. Altmal weglaufen, ne? So. Jetzt ist der große auch weg. Ich hab's doch gesagt. Können wir einmal die Dings wieder rausholen. Okay, aber hier hoch. Ach, komm. Ja, komm. Geh hoch. Nein! Wie? Ach, Menno. Ernsthaft? Das ist aber doof. Okay. Na gut. Die dürfen mich also nicht entdecken. Ach, nö, da ist schon wieder diese Truppe. Klar, natürlich. Siehste, ist nicht verboten. Also mach ich's immer wieder. Ach, pff. So ein paar Knochenbrüche haben noch nie geschadet. Hier sind überall Leute. Warum sind die überall Leute? Kommen die ganzen Leute her. Typ, der hat sich da aber auch verschanzt wie sonst was, ne? Was für ein Idiot. Ich mein, ja, ja, klar. Warum ist ja klar, ne? Ach, ich hasse solche Missionen, wo man nicht entdeckt werden darf. Wo ich dann gleich desynchronisiert... Ja, ich kann heute nicht reden. Ach, ja. Wo es gleich zurückgesetzt wird. Ach, komm, wirklich? Kriegst du nicht hin? Jetzt bin ich enttäuscht von dir, Ezio. Ich hab dich irgendwie smarter in Erinnerung. Kann das sein? Na ja. Nein, runter. Noch vielleicht einen Ticken runter. Man weiß nie, wie intelligent die NPCs hier sind. Ah ja, hier, komm. Ich wusste doch, du bist smart. Ja, hin und wieder. Ich nehme das zurück. Ich nehme das definitiv zurück. Ich nehme das mit dem Smartsein definitiv zurück. Was ist denn eine andere Typin? Kommt der jetzt wieder? Ja, da ist er. Nein, 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 nicht. Nicht, 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 nein. Nicht entdecken. Bitte. Pfff, Ezio. Okay. Ja, ja, natürlich immer in seinem Namen, ne? Ich glaube, der singt den Text falsch. Na gut, jetzt geht's. Immer der Untertitel irgendwie. Weird. Pfff, Ezio. Geht doch. Jetzt nicht abstürzen. Amen. Können Sie mal bitte? Danke. Sehr nett von dir, Ezio. Mindestens hat er nicht geschrien. Ich dachte, er verkündete das Wort Gottes. Ich fürchte, seine Predigt ist nur Lüge. Ich führte meine Herde in die Irre. Ja. Ich... Ich wollte doch nur glauben. Meistens der Fall, ne? Das wollen wir alle. Ich beende nur die Arbeit meines Vaters. Ja, so ungefähr. Requiescat impache. So ungefähr. Nicht ganz, aber so ungefähr. Nein. 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 Ernsthaft. Spring doch nicht einfach da runter und bricht dir sämtliche Knochen, ey. Naja, aber weg ist er weg, ne? Ja, er ist trotzdem weg, okay. Ah, fünf Meter neben dem Heuhaufen daneben gelandet. Da ist der Rücken erstmal weg. Naja. Hauptsache, wir müssen das nicht normal machen. Alles andere ist egal. Gut, dann nehmen wir den nächsten nach vorne. Ein bisschen was haben wir ja noch. Braucht ihr medizinische Hilfe? Ach, ja, komm. Ja, komm. Lass mal ein bisschen einkaufen gehen. Ein bisschen was können wir mitnehmen hier. Das sollte jetzt schnell heilen. Ja, das sowieso. Das sowieso. Ach, da seid ihr Mädels. Ich hab euch schon vermisst. Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die extra. Ja, wenn du das meinst. Ja, ja, ist in Ordnung. Ihr dürft unsere Arbeit nicht stören. Florenz ist krank. Es ist unsere Pflicht zu helfen. Bitte? Indem ihr das Volk zwingt, einem Irren zu folgen? Es ist unklug, die Mächtigen herauszufordern. Ja, nee, ist klar. Nun, die werden bald abgesetzt. Nein, ihr bekommt mich nicht. Savonarola wird von eurem Verrat erfahren. Wache! Wache! Hä? Ach komm, nein, bitte. Könnt es mal bitte... Ja, nee, ist klar. Ach komm. Wo läuft denn der lang? Der Zirkusclown, ey. Oh, ne Feder. Gerade jetzt muss ich ne Feder finden, ey. Ist ja auch idiotisch, ey. Na gut. Könnt... Ach, jetzt läuft er unten lang, der Idiot. Jetzt läuft er wieder hier oben lang. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Du bist weg. Ah, war doch leichter als gedacht. Und ich hatte das Schwierere in Erinnerung. Ach komm. Ach komm. Ja. Also aus, um keine Ausregel verlegen, ne? Ausreden gibt's hier viele. Naja. Er ist weg. So. Ja gut, der ist gleich hier in der Nähe. Wie gesagt, die hocken ja auch alle auf einem Haufen, ne? Ja, ich bin doch schon dabei. Meine Güte. Immer diese aggressiven Wachen, ne? Nanny. Musik schon, aber nicht deine. Hier singt alle immer so beschissen. Mh, ich bin doch nicht schüchtern. Zumindest nicht hier. So. Oh. Komm mal her. So. Du hältst den Schnabel, damit ich hier das tun kann, was ich tun muss. Der Befehl ist einfach. Bewacht diese Felder und passt auf, dass diesen Heubündeln nichts passiert. Hört sich vielleicht einfach an. Es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe. Fehlen wir es hier für dumm verkaufen. Ohne diesen einfachen Rohstoff fehlen dem Widerstand die Mittel. Und dann müssen sie aufgeben. Okay. Na? Schon wieder synchronisiert. Jetzt hab ich's. Ah, Mensch. Solche Quests sind auch immer die besten, ne? Hat sich irgendwer bei Ubisoft gedacht. Alter. Das Spiel ist noch zu einfach. Wir müssen die Leute auf Trab halten, die nerven. Und dann haben sie so ein Quest-Design gemacht. Ist mir bestimmt damals auch schon auf den Sack gegangen. Hier komm ich nicht weiter, ne? Ach komm. Ernsthaft? Ach ja. Ich bin schon dabei. Sie brauchen Kleidung, Nahrung, Obdach, Wärme. Und all das bietet ihnen das Heu. Ich höre euer Murren. Ihr denkt, dieser Posten wäre Zeitverschwendung. Doch ihr müsst verstehen. Unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. Ja, der kommt bestimmt gleich wieder vorbei. Ich erkläre es euch. Ich hoffe doch, dass er auch hier hinten vorbeikommt. Na gut, wir wissen nicht, wo wir nicht einkaufen gehen, ne? Minderwertige Bronze. Boah, dieser Fidelio. Was lässt er sich nur einfallen? Ach, da vorne ist er. Ach komm. Ja, ja. Und dann ist da unser Vieh. Kühle und Schafe brauchen Heu unter anderem als Futter. Und wie ihr wisst, geben sie uns noch vieles mehr. Wolle, Fleisch und Milch und andere Dinge. Seht ihr nun, warum das Heu nicht in die Hände des Feindes geraten darf? Wo läuft denn der lang? Nehmt eure Arbeit hier ernst. Sie ist essentiell für unseren weiteren Erfolg. Was ist denn das? Was ist denn das? Komm mal ein bisschen näher ran, hier. Ach ja, pfff. Sorry. Ach komm. Ja gut. War jetzt keine gute Idee. Ja, bleib einfach noch stehen. Ich meine, das ist auch eine gute Idee, ne? Warum nicht? Ah, jetzt stehen wir wieder hier oben. Ja, ja, komm. Komm, wir suchen uns einen anderen Heuhaufen. Nein. Och, Menno, warum bist du so langsam, Ezio? Idiot. Was für ein Idiot. Das liegt daran, weil wir die eben gerade so gut hingekriegt haben. Okay, denn der ganz besonders nah lang. Und dann... Pfff. Immer diese blöden Wachen hier auf den Dächern, ey. Mal wieder keine Kortisanen. Ich bin da nicht hier oben. Ich bin da nicht hier oben. Ja, komm. Ich höre euer Mann. Ihr denkt, dieser Posten wäre Zeitverschwendung. Ja, denke ich. Ihr müsst verstehen. Unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. Ja, ja. Nicht nur Benne sagen, auch machen, ne? Mitkommen, ja. Kommt runter. Ich hab euch Geld gegeben, also kommt ihr jetzt mit. Das nennt man Kapitalismus. Ah ja, okay, gut. Da seid ihr. Ach. Steht mir doch... Alter, warum stehen die mir alle im Weg rum? Nö. Könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen? Nein! Ach, Mensch. Ja. Der ist ja auch ein bisschen fies, ne? Der ist auch ein bisschen fies. Sag doch, bei Ubisoft hat irgendwer gestanden und hat gesagt, das müssen wir so eklig wie möglich machen. Ja, dann komm mit, wenn ich ein echter Athlet bin. Der ist ziemlich gut bewaffnet, ne? Nö, nö. Ich bin überhaupt nicht bewaffnet. Ich bin ein ganz normaler, äh, Dude, der hier durchläuft. Da haben sich schon viele angeschlossen. Sie brauchen Gleise, Nahrung, Oktach, Wärme. Und all das bietet ihnen das Haus. Ja, sicher. Ich höre, Herr Moran. Ihr denkt, dieser Posten ist während Zeitverschwendung. Ja, ist es auch. Vielleicht muss ich den ja doch erschießen. Nö, ich glaub dir kein Wort. Ach, der ist so weit weg, um die Erklärung zu hören. Okay, schade. Die stehen da rum wie bestellt und nicht abgeholt. Was macht der denn in dem Heu? Warum ist der denn da jetzt reingesprungen? Was soll ich denn jetzt machen? Ach, schon wieder der Hinweis. Ja, ja, ist in Ordnung. Aber die stehen ja echt in einer Reihe, ne? Ah, jetzt kommt er mit seiner Erklärung hier rum. Ja. Und dann ist da unser Vieh. Kühe und Schafe brauchen Heu unter anderem als Futter. Und wie ihr wisst, geben sie uns noch vieles mehr. Wolle, Fleisch und Milch und andere Dinge. Hä? Ich bin Franzose, genau. Ich bin Franzose, genau. Wo ist er denn? Alter. Ja, ja, ist in Ordnung. Wo ist denn der jetzt? Da vorne. Alter, Bomben sind auf einmal alle im Weg. Jetzt hatte ich mal so eine smarte Idee. Oh, bin ich in die Tasse gekommen. So eine smarte Idee und dann hatte ich auch wieder nicht funktioniert, weil er einfach abgehauen ist. Idiot. Das steht an jedem Weg rum. Jetzt weiß ich wenigstens, wie die Leute hier funktionieren. Ich hab die nie gehabt. Ich hab immer nur die Kurtisanen gehabt. War ein wesentlich einfacher. Oh, bitte nicht. Das Heu. Das Heu. Ich höre. Das Heu. Das Heu. Das Heu hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. Glaubt mir nicht, oder? Ich erkläre es euch. Jaja. Jetzt können wir erstmal wieder Jahre warten, bis er wieder zurückkommt. Und wiederum sind unsere Karren, welche unsere Waren in die Städte bringen, wo wir Handel treiben können. Heu ist also die Grundlage unseres Lebens. Ja. Ist ja gut. Er ist verschwunden. Möberwister. Und dann ist da unser Lieb. So. Was für ein Atom. Auch in Heu unter anderem als Futter. Als Verrottet. Geben sie uns noch vieles Leben. Nee, nee, nicht den. Fleisch und Milch und andere Dinge. Seht ihr nun, warum das Heu nicht in die Hände des Feindes geraten hat? Ja. Jetzt hat's funktioniert. Ihr würdet euer eigenes Volk verhungern lassen. Und wofür? Ah. Zu lange ertrug ich die Beleidigungen. Sie schimpften mich einfach. Von niederem Stand. Ich wollte ihren Respekt. Respekt muss man sich verdienen. Den kriegt man nicht einfach so. Auch wenn der Tod schmerzhaft sein mag. Der Schlaf ist sanft. Requiescat in Pace. Jetzt haben wir den auch. Ja, erstmal wieder anonym werden, ne? Ja, dann gehen wir mal. Sprinten wir mal ne runter, ne? Ach komm. Einmal laufen. So, ist gut. Ach, und hier kriegen wir dann wieder ein Cut-Zien. Naja. Ist auch gut. Ja, speichern tut er auch grad. Laut nämlich auch, ähm... Es ist zeittechnisch mal... Zeittechnisch mal wieder soweit. Wir gucken mal eben nach. Jupp. Von der Zeit kann der Part beendet werden. Wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Tschüss. 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 Wuh... Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on.